Hey Carlos, how are you doing? I'm fine. Hast du viele Freunde in Los Angeles, du hast die Familie dort, aber Los Angeles, das macht auch ein bisschen einsam. Bist du dort ein Einzelgänger oder bist du immer in einer Group unterwegs? Ich habe meine Posse, La Basse ein bisschen. Ja, für mich meine Street-Family, let's say, let's talk street, the neighborhood, the crew, war immer wichtig. Ich war in Hip-Hop für 20 Jahre, also ich war immer mit meiner Crew. Und dann, wenn ich, wenn ich, I took the decision, wenn ich war nach Paris, dann war ich, ja, slowly, langsam, mehr und mehr allein. Weil zuerst Paris und dann Madrid und jetzt Los Angeles. Also die gute Sache ist, dass in Los Angeles, es gibt eine große Swiss-Community. Und sie, sie machen gut, in Movies und etc. Mein bester Freund ist Simon Otto, er ist der Chief Animator auf How to Train Your Dragon. Und er ist also mein Kind-Gott-Vater. Ah, wirklich, ja. Und ja, ich habe Freunde, aber, to tell you the truth, meine besten Freunde sind immer in der Schweiz, in Lausanne. Und ich habe gute Freunde hier, auch in Zürich. Und ja, das ist Leben, Choices. Ein bisschen Sacrifice, ein bisschen Opfer auf der einen Seite, aber dafür kannst du sehr spannende Sachen machen. Ich habe dieses nicht verstehen. Ich habe dieses nicht verstehen. In Los Angeles kannst du sehr viele, du kannst sehr viele, du kannst sehr viele Sachen impressionante machen. Ja. Weil du hast ein bisschen sacrificiert. Ja. Aber nicht immer gut. Wenn ich zum Beispiel eine TV-Serie in Los Angeles mache, ist es gut, weil ich habe Fans auf Facebook von, I don't know, like Croatia, Afrika, whatever. Ich habe dich gesehen in Agents of SHIELD oder bla bla. Und das ist gut, strategically. Das ist eine gute Sache für mich. Aber ich bin sehr zufrieden, wenn zum Beispiel, ich komme zurück in Europa, für ein Projekt wie das Team zu machen. Sehr cool. Und den Bestatter. Ich liebe den Bestatter. Es ist eine super, super Schweizer Crimi-Serie. Und manchmal ein kleines Film zu machen hier oder in Frankreich oder in Spanien mit einer kleinen Crew ist gut, weil es bringt mich zurück, bringt mich zurück. Auf den Boden. Ja, man. Down to Earth, Hollywood. They're crazy. Sie anrufen dich und du musst am Set gehen und du hast diesen Truck, just for you. I mean, the big truck. Da ist ein Shower inside und alle eine Dusche. Und du bist hier in deinem Truck. Und das ist super und es gibt Früchte und alles. Und dann bist du hier und du wartest. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Und nichts ist passiert. Nothing. No friends. No chilling. No beer. No Ziggi outside. No talking about Fußball gestern. Nothing. Das ist so impersonal. Das ist das Problem mit der großen Produktion. Also es ist super. Aber für mein Herz, für mein Herz, manchmal, ich fühle besser mit einer kleinen Produktion. Weil es ist Art, Kunst und nicht Money. Money is good too. Don't take me wrong. Aber. So, you can come home to recharge the batteries. Get down to earth again. Yeah. I mean, down to earth. Sometimes in Los Angeles, I'm also coming down to earth pretty quickly, you know. Because it's a rough place. Yeah. Es ist hardcore. Wir sind viele, viele Schauspieler und es ist hardcore. Und wenn du gehst für ein Casting, ein großes Projekt, The Next, HBO, bla bla bla. Ich hoffe, das ist nicht. Das ist nicht. Ich hoffe, ich hoffe. Hey, that's not you. Okay, next. On to the next one. Yeah. Du musst nicht persönlich diese negativ antworten.